Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Komplexchemie. Der Bereich der anorganischen Chemie, der sich mit chemischen Komplexverbindungen befasst, ist die Komplexchemie. So besteht ein Komplex aus einem Zentralteilchen mit einem oder mehreren Liganden. Das Zentralteilchen, das in der Elektronenkonfiguration Lücken aufweist, ist von einem oder mehreren Liganden umgeben, die jeweils mindestens ein freies Elektronenpaar für die Bindung zur Verfügung stellen. Atome bzw. Ionen von Übergangsmetallen sind dabei meist die Zentralteilchen. Über freie D-Orbitale können sich die Liganden mit den Zentralteilchen verbinden. Bei Lantanoiden und Aktinoiden treten Komplexe ebenfalls häufig auf. Art, Aufbau und Stabilität von Komplexen wird stark von der Anzahl der Valenzelektronen beeinflusst. Beispiele kationischer Zentralionen sind Kupfer, Magnesium, Eisen und Nickel. Beispiele für neutrale Zentralteilchen sind Eisen, Chrom und Nickel. Zentralteilchen in Komplexen haben für gewöhnlich eine positive Oxidationszahl. Ein Beispiel für ein neutrales Zentralatom ist die Reinigung des Metalls Nickel durch das Mondverfahren. Ein weiteres Beispiel für ein neutrales Zentralatom ist die Reaktion von Eisen mit Kohlenmonoxid zu Pentakarbonyleisen. Ein Ligand ist in der Komplexchemie ein Atom oder Molekül, der über eine koordinative Bindung an ein Zentralteilchen binden kann. Bei einer koordinativen Bindung werden beide Bindungselektronen für die Elektronenpaarbindung nur von einem der beiden Bindungspartner zur Verfügung gestellt. In Komplexen tragen die Liganden beide Bindungselektronen für die koordinative Bindung bei. Bei normalen kovalenten Bindungen tragen beide Reaktionspartner jeweils ein Elektron zur Bindung bei. Die koordinative Bindung entsteht durch den Lewis-Charakter der beteiligten Bindungspartner. So kann man nach der Lewis-Definition die Bildung von Komplexen als Säurebasereaktion verstehen. So treten in vielen Komplexen die Liganden als Elektronenpaardonatoren auf und das Zentralteilchen als Elektronenpaar-Akzeptor. In verschiedenen Bereichen spielen Komplexverbindungen eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel in der Technik, in der Biologie, in der Medizin und der analytischen Chemie. Verbindungen mit organischen Liganden sind Gegenstand der metallorganischen Chemie. Da Komplexe von Übergangsmetallen sehr farbig sein können, nutzt man sie auch als Farbstoffe bzw. Pigmente. So zeigen die Chargetransferkomplexe eine besonders intensive Färbung. Chemiker hatten lange Zeit keine Vorstellung vom Aufbau koordinativer Verbindungen. Die systematische Erforschung der Struktur der Komplexverbindungen begann im späten 19. Jahrhundert. Die richtige Deutung der Struktur- und Bindungsverhältnisse in Komplexen gelang dem Schweizer Alfred Werner. Dafür erhielt er 1913 den Nobelpreis für Chemie. Schauen wir uns nun die Bildung der Komplexformeln an. So bestimmt man die Oxidationszahl, indem man die ursprüngliche Ladung des Zentralatoms betrachtet. Dazu geht man davon aus, dass alle Liganden unter Mitnahme der gemeinsamen Elektronenpaare entfernt worden sind. Die Ladung des Komplexes ergibt sich demnach durch die Summe der Ladungsbeiträge der Liganden und der Oxidationszahl des Zentralteilchens. Nun wollen wir uns die Nomenklaturregel anhand von Berliner Blau anschauen. So bestehen Komplexverbindungen aus einem Zentralatom, das von Liganden umgeben ist. Die Komplexverbindung wird in eckigen Klammern dargestellt. Das Zentralteilchen wird vor den Liganden genannt. Liganden werden unabhängig von ihrer Ladung alphabetisch aufgeführt. Für mehratomige Liganden werden runde Klammern verwendet. Die Koordinationszahl gibt die Anzahl der Liganden an, die das Zentralatom umgeben. Die Oxidationszahl kann als Exponent am Zentralatom angegeben werden. In unserem Beispiel des Berliner Blau ist das Zentralatom Eisen und die Liganden sind Kohlenstoff und Stickstoff. Die Koordinationszahl, die die Anzahl der Liganden angibt, ist in unserem Beispiel 6. Das Zentralatom Z ist meist ein Kation. Die Liganden liefern die Elektronen. So ist für unser Beispiel des Berliner Blau die Oxidationszahl des Komplexes 4-. Das Zentralatom Eisen hat die Oxidationszahl 2+. Die Liganden Kohlenstoff und Stickstoff haben jeweils die Oxidationszahl 1-. So ergibt sich die Oxidationszahl des Komplexes aus der Differenz der 6 Liganden und der Oxidationszahl des Zentralatoms. Somit beträgt die Oxidationszahl des Komplexes 4-. Bei unserem Beispiel des Berliner Blau ist dieser Komplex insgesamt 3-mal vorhanden. Dieser Komplex verbindet sich mit Eisen-3-Ionen zu einer neutralen Verbindung. Nun folgen die Regeln zur systematischen Benennung der Komplexe. So wird das Kation vor dem Anion angegeben. Wenn Liganden mehrfach auftreten, werden sie durch griechische Zahlwörter als Präfix angegeben. Ohne Berücksichtigung ihrer Anzahl und ihrer Ladung werden die Liganden in alphabetischer Reihenfolge genannt. An ihren Anionen-Namen erhalten anionische Liganden die Endung O. Radikale erhalten die Endung YL. Bei kationischen und neutralen Liganden wird der Name nicht geändert. Ausnahmen sind Wasser, Ammoniak, Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid. Bei einem anionischen Komplex erhält das Zentralatom die lateinische Schreibweise und die Endung AT. Bei unserem Beispiel ist der Komplex das Anion, wodurch das Zentralatom Eisen als Farad bezeichnet wird. Ist der Komplex ein Kation oder neutral, wird der unveränderte deutsche Name genutzt. Die Oxidationszahl des Zentralions bzw. die Ladung des Zentralatoms wird in einer runden Klammer durch römische Ziffern angegeben. Ein Pluszeichen wird nicht geschrieben. Für das selbstständige Wiederholen der Nomenklaturregeln sind einige Beispiele aufgeführt. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Der Bereich der anorganischen Chemie, der sich mit chemischen Komplexverbindungen befasst, ist die Komplexchemie. Ein Komplex, der auch als Koordinationseinheit bezeichnet wird, besteht aus einem Zentralteilchen und einem oder mehreren Liganden. Wenn du weitere Informationen benötigst zu den Haupt- und Nebengruppen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter dem folgenden Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.